Die Weihnachten ein wenig redimensionieren. Das sind Gedanken von mir im Vorfeld von dem Fest, das ja als das grösste Kirchenfest gilt, im Kirchenjahr. Und wir haben im Kirchgemeinhard ein wenig über die Tannenbäume gesprochen, weil sie eigentlich einen heidnischen Ursprung haben. Einer der Räte sieht, man könnte doch alle Jahre einen kleineren Baum, dass das Leute nicht so merken. Am Schluss hat man den fast keiner mehr. Und tatsächlich, das wäre bereits etwas in der Richtung, wie es mir tut, wo man gehen sollte. Das ist ja das Fest der kleinen Anfänge. Die Weihnachten ist ja nicht das überbordende Fest, wo an einem Tag alles schon passiert, sondern es wird lediglich etwas geboren und dann wird die Hauptsache erst kommen. Wir wissen ja das eigentlich alle zusammen. Aus diesem Grund sind wir jetzt in diesem Gedankengang noch ein wenig weiter dran. Wie kommen wir dazu, dem Weihnachten das richtige Gewicht, ohne es zu überborden zu geben zu lassen. Wenn ich jetzt hier mal im Kirchenbank sitze, wie ein normaler Predigtbesucher, Gottesdienstbesucher, Weihnachtsbesucher, dann muss ich mir sagen, wie ist das gekommen, dass man sich in die Stange gebracht hat, den Leuten quasi weiss zu machen, die Weihnachten sind das grosse Kirchenfest des Jahres. Wie hätte es sich überhaupt so dorthin entwickeln können? Und das ist irgendwie, wenn ich sagen würde, Edison war der grosse Erfinder durch die Schreibmaschine, der hätte die Welt verändert, dadurch, dass er die Schreibmaschine erfunden hätte. Wenn ich natürlich jetzt so etwas in einem Schulbuch lesen würde, weil wenn ein Anwalt der Familie Edison, dann würde ich sofort einschreiten und sagen, ja halt, das stimmt doch gar nicht. Jeder tut heute das Licht an- und abknipsen, das verdanken wir alles an Thomas Edison. Während dem Schreibmaschinen im Zeitalter der Laptop immer mehr verschwinden. Also ist da eine riesige Ungerechtigkeit im Spiel und man muss sagen, wie könnte so etwas überhaupt geschehen? Jetzt bin ich aber nicht ein Anwalt der Familie Edison. Dort ist die Sache sowieso fair verliefen, dort hat man die Priorität der Richtung gesetzt. Dort weiss man, was die Hauptwerke des Erfinders waren und so steht es so in den Schulbüchern. Die brauchen keine Verteidiger. Hingegen, wenn man die Sache von Jesus vertritt, dann muss man vielleicht manchmal auf die Pauke holen und sagen, wie kommt es, dass an einem Karfreitag eine Kirche halb leer ist, an einer Ostern eine Kirche halb leer ist, an einer Weihnachten eine Kirche, bumm, voll ist. Dann, wenn es wirklich um die grossen Werke von Jesus geht, bleiben viele Leute mit einer gewissen Nonchalance einfach zuhause. Und vielleicht hat es etwas zu tun mit der Glühbirne. Also in dem Sinn, dass man alle nicht zu viel Licht verträgt, weil man anfängt von Sünden zu reden, weil plötzlich das Licht von Jesus auf das Leben von Leuten fällt. Und dann merkt man, es braucht die Vergebung, oh nein, da bleibe ich lieber zuhause. Das ist nicht so mein Thema, so fest ins Licht reinkommen möchte ich eigentlich nicht. Und dann hat man plötzlich eine Spur, wo man darauf bleiben kann und sagen, das ist auch ein Grund, warum wir lieber vom Erstlingswerk reden, als wir von dem Moment, wo dann das Licht in unser Leben dringen würde. Wenn wir zuhause bleiben, dann, wo er kämpft, dann, wo er stirbt, dann, wo er aufsteht, dann machen wir Jesus zum Christkind. Das ist ja auch gebbig. Das kann man gebbig im Schaft versorgen, wenn die Weihnacht vorbei ist. Der ist harmlos, der krümmt ihm kein Haar. Man kann ihn gut handeln und er ist das Accessoire geworden vom Weihnachtsmerit. Das ist dann erst auch noch ein Plus. Aber wenn wir nicht Heuchler sein wollen, sondern ihn lassen lassen, kämpfen lassen lassen, siegen lassen, sterben lassen lassen, aufstehen lassen und am Schluss die Menschheit lassen 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 und wieder zurückkommen auf unsere Welt, um nachher sein Reich aufzurichten, dann werden wir etwas ganz anderes gewichten im Kirchenjahr. Und dann werden uns genau diese zwei Termine die wichtigsten sein, die das ein wenig vorweg nehmen. Und wir lassen ja Edison auch nicht auf seiner Schreibmaschine sitzen lassen. Den haben wir ja auch kämpfen lassen, wachsen lassen, düfteln lassen. Bis er schlussendlich die wichtigsten Sachen herausgebracht hat. Die, die die Menschheit, seit man einiges hat, vorwärtsgebracht. Lassen wir doch die Weihnachten dort, wo sie hingehört, nämlich in die Kinderschuhe. Richtig, ihr habt es richtig verstanden. In die Kinderschuhe vom grössten Erfinder aller Zeiten. Der, der das Heil hat erfunden. Der, der erfunden hat, wie man aus Tod Leben machen kann, wie man aus dem Sterben Liebe generieren kann. Der, der das Licht hat erfunden, der nicht vergeht. Und der, der eine Tonspur gelegt hat, die man nur nach 2000 Jahren gehört hat. Dies ist mein lieber Sohn, auf den hört, heisst es ja. Erinnert uns natürlich auch wieder an Edison. Dank seiner vielen, vielen Arbeit im Verlauf seiner Jahrzehnte konnte er schlussendlich auch den Ton erstmals aufnehmen. Das war 1877. Und das erste Wort, das er aufgenommen hat, ist übrigens das gewesen. Hallo. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Das war das erste Mal von einem Menschen, der sich selber gehört hat. Untertitelung des ZDF, 2020